Moin Leute und... Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Deadline zusammen mit dein Baby Werden wir heute überleben oder er verlieren? Wir haben im Hintergrund die Music Aber sag du erstmal was Baby Guten Tag! Juhu! Du kein Baby Jetzt können sie die Gerne Aufnahme starten Das Baby macht schon bereit Hey Na komm, sag schon mal deine Du Roni Hey Guten Tag meine lieben Freunde Konzentrierte Video, seht bei denen leid Auf Simulation Mike Note 15 Kanal Ne Wir bespielen die Geber zusammen Guten Tag Ja guten Tag Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da Kommentieren, liken Und schaut doch bei ihm vorbei Wir verlinken uns gegenseitig Machen wir das nicht immer Ja Ich hab keine Ahnung von dem Spiel Bin wieder grottenschlecht in dem Spiel Noch Mal sehen wie weit wir hier Boah ich schreck mich gleich wieder Mal mit die Hose Ich bin schon zusammengezockt Ja Ja Ihr könnt JV gerne fragen Ich bin wirklich zusammengezockt Rosespiel ja Ja FSK 18 Freunde Aber wahrscheinlich Ne 18 wärs Ne ich hab 16 Es hat Steam eingestuft Äh schon? Ja Warte jetzt guck ich Ich hab 16 eingestuft Warte So Steam Jetzt guck ich Du willst mich doch forschen Das ist halt ab 16 das Spiel Ne Altersbezeichnung F 18 plus 18 Das Dicker Gewalt Ja ok Aber mach ich eh nicht an Dann lach ich Eher weniger Ja Hier ist Blut Ja hier ist nicht zu viel Blut Deswegen Klassenkamerad Na mein Klassenkamerad Du solltest das Video nicht angeschauen Warum Da fährt er dann Unmacht Oh man So hier guck Ist hier Ja hier ist viel Blut ne Ja Stimmt schon Aber so Das ist so ausreichend für mich Dass ich noch Blut säen kann Ja es gibt Schlimmeres Also wenn ich Filme gucke Wo echt extrem viel Blut ist Dann muss ich nicht gucken Weil sonst bin ich auch schlecht So hier guck Ja Dann wird mir dein Blut ganz schwungrig im Kopf Ja Auch ein bisschen übel Tatsächlich schon Wenn ich da mal dann gucke Dann wird du auch schwungrig Ja Na für mich ist das kein Problem Für mich dann Na ja Diesen kann ich auch in diese komischen Krankenhaustherien nicht gucken Wie sie immer alle heißen Ja ich weiß Ja ich weiß Gibt es mehrere von tatsächlich In diesen Krankenhaustherien Ja ich weiß Wenn ihr nicht Blut sehen durch Freunde Schauts nicht einfach an Ja Ja Schaut auch noch unsere Twitch-Kanäle vorbei Ja 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 Bei mir ja auch natürlich Vielleicht streamen wir das ja mal demnächst Aber wer weiß Aber ich verrate vielleicht Wohin? Ja Ja Dann geht ein Das ist eine Aufgabe Das ist eine Aufgabe Das sind wir so ein Dings setzen Ich sehe dich Juhu Hier ist ein Generator kommen wir zeigen das war ja auch ist beim büro da starten für ihn noch das ist das denn durch zu dir kommen ne Worte und zu dir ob man was ich da dran hab das wird keine Ahnung heute auch auch bei mir ist unten der Gegner der Gegner ich wollte gerade Gegner sagen aber auch ist da unten und läuft mir in der weil er die Mucke komm durch da hat sich durchgecroppt halt ihn auf lauf vor ihm gewonnen also ja so aber nicht treffen lassen ui treffen warte au klats das Spiel ist so laut ja das dachte mir gerade so jetzt habe ich Slicer das ist mein Zirn nebenbei habe ich schon befreit sie hat mich befreit ich kann das nicht alleine nur wenn ich dich gerettet habe kann ich soll ich auch nie versuchen oder was ne nicht versuchen da kommt einer das ist nur überleben warte guck da bist du das gesicht zu zu du du komm du wie ist das killer darf ich mal klatsch das ist ein glücker Trinkt das jetzt? Lass mich. Aller mein Lichtflaggott. Ich hab Angst. Warte. Ich kann da so ne Schützschild machen. Ja. Warte mal kurz, ich muss das BDL spielen. Kommst du? Ja. Trinkt das jetzt. Kannst du es auch noch mal öffnen? Ja. Dann öffnen. Was bringt das? Na, das ist dann für die Schützschild dann. Aber wir müssen eine Plusflugsäure sammeln. Hier Kork. Siehst du das, was ich mache? Ja. Siehst du, was bringt das? Siehst du die Wand? Ah! Oh nein, der hat einen Perk. Ich kann es auch mal öffnen. Stimmt's? Komm mit. Junge. Geh sie auf. gefällt mir da war es ganz gruselig nur am saufen man musste wechseln wieso noch nicht notwendig was bringt das jetzt die ging kaputt wir wurden entschärft das habt ihr leider nicht mehr aber diesen generator als aufgabe erfüllen ach so du musst nur einsammeln aber eins gefunden kann sagen wir ein zurückfordern nur das ist eingesammelt nee kommen lassen dann zu zurück vorne steht da was bringt das sicher nicht du bräuchst noch eine blutsäure achten Alter, ich lag direkt down. Ach, Dreck. Hau ab! Kann ich nicht, liegt am Boden. Doch, weh. Einfach wegkrabbeln. Er hat so einen Knochen. Ja, es ist zu viel Blut. Na ja, was der Killer gemacht hat, das war zu viel Blut. Hm, na ja. Ich schaue den nächsten zu. Gut. Ja, ich schaue den zu jetzt. Ach, mein Hushauen. Gehört? Mhm. Was hab ich gesagt? Als offische Sandzwange benutzt, ja? Na ja, das war wohl nix. Ja, haha. Alle? Ja. Ich kann nicht mehr rauten, sich rögen, er hat eine Sandzwange. Natürlich kann ich noch rein, Freunde. Oh, ich brauche euch's trinken. Muss ich reinmachen. Ah, ah. Ah, ah. Was? Wann müssen sie will wechseln? Ui, eh. Haben sie vor uns schon gefahren? Was haben sie gesagt? Noch nicht nötig. Freunde, wir verlinken uns gegenseitig heute, morgen, wann das Video online kommen wird, ihr würd's das sehen, weil mein Kanal wird's erst später kommen, vier Tage später oder drei. Warum? Erst am Mittwoch kommt das Video. War mal am Mittwoch. Ach so, wie ein anderer Video ist. Ja, ich lade ja jeden Tag dann nur zwei hoch. War das lustig? Lass mal zurück zur Lobby am besten. Mir wird's langsam zu langweilig. Haben sie eine Blutsäure reingesammelt? Nee. Aufgabe sind nicht erfüllt, steht ja rechts. Gut, dann musst du noch die Aufgabe machen. Hm. So, zwölf Minuten haben wir jetzt auf der Zeit. Ach, geht ja noch. Die Folge. Können wir noch ein Mädchen machen. Ja. Für die Aufnahme. Wenn wir die neue starten, zumindest. Ja. Ich. Zumindest so lange wie das wär. Ja. Ich hab meine nächste Aufgabe, repariere zwei Blutmordgeneratoren. Vollständig. Aber die musst du erst mal abschließen, die eine. Ja, ich weiß. Deswegen ja. Wie viele Blutpunkte hast du? Ja. 160.000. Ich hab 3,3 Millionen. Ja, du Angeber. Hallo. Ich spiel da schon seit längerer Zeit. Fast jeden Tag gefühlt. Äh, also nicht jeden Tag gefühlt, aber... Naja, hab ich ja gesehen. Gefühlt jeden Tag nicht weniger. Ja, eher selten geworden mittlerweile. Ja. Und mit tausend Spielstunden. Ja, das ist ja auch kein Wunder. Ja, ich hab's ja seit 2020. Äh, das ist ja auch kein Wunder. Ja, ich hab's ja seit 2020. Äh, das ist ja auch kein Wunder. Können ich zwar machen, aber sowas nicht. Link steht auch noch in der Videobeschreibung. Über den Linkdreh. Ja. 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 Sieh da drin. Ich finde auch mein Twitch. Können wir auch mal vorbeischauen. Wir sind auch fast jeden Tag live. Am Montag mache ich 24er Freunde. Warum? Gestern haben sie nur 22, wenn wir mal. Na, besser als weniger. Naja, 21 oder sowas. Bis um 3, ja. Von 6 bis 3. Hab ich mal. Ui, 6. Von 6 bis 3. Wiesps. Muss ich, glaube ich, auch mal leiser machen, das Spiel. Das ist ein bisschen laut. Auf 50% steht. Ja, hab ich's doch gesagt. Mach's leiser. Hast du gestellt auf welche Zahl? Auf 15. 15? Ja. Zu leise dann. Ne, das ist immer noch für mich laut. Na, kommt drauf an, wie die Lautsprecher von deine Kopfhörer. Du hast ja gefühlt. Ja, siehst du. Brauchst du auch nicht wundern, wenn's da laut ist. Aber OBS schlägt's auch relativ laut aus. Im Bereich teilweise sogar. Tja. Na, das wird dann hier nix bringen. Von wem der Killer kommt. Ja. Geht's im gelben Bereich aus. Halt ich jetzt noch mal? Ja, gleich. Musst du warten, bis es fertig ist. Nichts. Das Intro durch ist. Jetzt. Escape. Dann Audio. Dann auf 20. Mindestens. Baby? Ja bitte. Wo bist du? Ich hab'n Killer gesehen. Hier ist ein Generator. Und ein Killer. Ja, hab' ich auch gesehen. Klatsch. Der ist bei mir. Rennst du mir? Ich weiß nicht, wo du bist. Warte. Ah, Mann. Hier bin ich. Er hat mich. Ich rette dich gleich. Ich rette dich. Warte. Warte, ich rette dich gleich und dann folg mir einfach. Okay? Ja. Ja. Verstanden. Jo. Hi. Komm. Achtung. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. D-D mal drücken. Rückgleich leer hast du hier, wenn er klondert hier ist. Ihhh. Müsste hin. Oh nein. Das sind Pirk. Bis wieder hin. Ja. Achtung. Nicht so unfällig. Das hab ich gesehen. Aber dafür mich nicht. Oh nein, das war euer Fehler hier, dumm Kopf. Hauert ab. Oder haust du ab? Jetzt hat er sie. Nee, er hängt mich trotzdem. Aber was? Ja, warte, brauch ich mich nicht retten. Warum nicht? Warte, ich kann frei, selber frei machen. Er sieht mich. Hast du's gesehen? Na ja, er kann wieder mehr. Kann ich so schnell laufen? Nein. Oh 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 nein. Liegst du auch am Boden? Ja. Ja, ich auch. Das wärs jetzt noch, wenn er alle hat. Warum? Oh nein. Ach, da liegst du? Lige ähnteln, selbst wasvielbäude ist. tulem nicht einfach weg. Ja, das wird den arm. Das geht nicht kurz. Fre etcowun-latsch senken. Bist du am hängen oder was? Kommst du, kommst du selbst runter? Nee, ich hab schon zwei. Ich muss jetzt kämpfen, dass ich nicht sterbe. Soll ich dir das holen? Erhol mich erst lieber. Ist da hinten, ne? Ja, äh, rechts. Äh, links, 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 links. Ja. Ne, ne, nicht da. Ich bin gleich tot, Rüge. Renn, 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 renn. Bin gleich tot. Bist du so gewesen? Rechts. Aber ich, äh, brauchst nicht, komm, oder? Guck mal, oben links. Shit! On. Range. Du warst nicht. Ey, du, du warst nicht. Ach, sie hat dich schon wieder. Hattest du keine Lust auf mich zu holen? Wieso? Ach, sie liegen auch am Boden? Ja, wieder. Bin sie tot, oder was? Ja. Ach, sie waren das da, der da hangen. Nee. Fängt mich noch einer. Ja. Wenn man zwei mal hängen. Wird's rennen müssen, nicht aufhören immer. Hauen wir mal. Hauen wir mal. Daher hat auch den Perk, den ich hab. Und selbst, selbst befreie. so hier ja genau ich bin schon nur noch 22 minuten das zurück habe die aufgabe erfüllt was hast du geschafft ja ja geschafft da kommt drücken sie auf das gelb truf gelb und dann dass das weiter ja wie das zweite das ist das zweite gemeint sind zwei oder vier und dann nimmst du drückst du die links leg und dann gehst du noch einst auch drunter ich guckte mal zu ja gut die posten nicht ließen die ist einfach aber ich wollte nicht ja okay zurück zu lobby also jetzt also freunde da würde ich sagen da sehen wir uns gleich noch mal neue für die aufnahme bis gleich also freunde da sehen wir uns gleich